Ja, schade Schokolade. Für der Platz, das ist für mich, da kann ich mich nicht mehr freuen. Als ehemaliger Weltmeister, klar, mein Sky Guy, der wabbelt da rum. Für der Platz, das kickt mich einfach nicht mehr. Dafür zieh ich nicht mehr die Unterhose aus. Das wird schon passen, ob du mit ihm reden möchtest. Und ich hab Nein gesagt, Giga. Ich bin der schlimmste Mensch auf der Welt. Möchtest du das ansprechen? Nein, ich gehöre auf den elektrischen Stuhl. Schickis, tut mir leid, Mann. Eigentlich würde ich denen viel lieber, ich wäre viel lieber so ein Spitzhackenmörder. Und würde denen gerne meine Spitzhacke in die Augen reinstecken. Und dann würden sie damit rumlaufen und rumtaumeln. Ja, so würde ich das gerne machen. Lieber Ferdinand. Oh Ferdinand. Wir reiten durch das Land. Ferdinand. Weil alle jungen Menschen, die jetzt noch wach sind, da sind die selbst schuldig. Die sind sowieso schon zerstört. Bei denen ist sowieso schon Hopfen und Malz verloren. Du Cox in the Box. Ja, so langsam wird das was hier. Arschgeile Nummer, ja. Das ist wirklich eine arschgeile Nummer. Ich bin auch arschgeil gerade. Trägst du auch ein Kind in dir? Dass mich das jemand mit dem Nutzernamen Perverted Tentacle, so spricht man es aus. Perverted Tentacle Demon fragt. Ich weiß nicht, ob ich das dann beantworten will. Das ist ein bisschen uff. Weird flags, but okay. Es wird auch vielleicht mal bald Zeit für einen Stuhl, der ein bisschen geiler rollt, muss ich sagen. Der ist langsam so ein bisschen... ...mich selbst auf meinem Ohr und werde auch selbst ein bisschen feucht in meinem Höschen. Das ist der Plan für heute. Feucht im Höschen werden. Egal ob Männlein oder Weiblein. So, wo haben wir denn hier ein bisschen Jazz? Wo haben wir denn mein Lieblingsradio, das mir immer möglichst viel Arbeit abnimmt? Relaxing Jazz und Bossa Nova Music Radio, da ist es. Die Bananee. Schön, dass auch die Libelle hier Sparky so ein bisschen die Unterhaltung übernimmt. Kommt ab und zu so am Bildschirm rangeflogen. Mann, du kannst gut rutschen. Hör ich auf das. Ist nicht das erste, was ich das höre. Warte, ich weiß ganz genau, wie ich das jetzt mache. Nicht so offensichtlich. So. Hä? Warum? Ach, das ist ein böser Pilz. Das ist ein böser Pilz. Es gibt böse Pilze. Ihr seid mir doch wirklich... Was ist denn mit den Mario-Leuten los gewesen? Eigentlich nur... Was ist los, Twitch? Was los, Chat? Was los, Deutschland? Österreich, Schweiz, Lichtenstein. Nur, dass ein junger, aufstrebender Streamer-Bursche am Start ist und die Plattformen aufräumt. Was ist das? Jakob, das ist ein böser Pilz. Oder, äh, ich weiß ganz genau, was. Wollen wir uns.